Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV Simulation. Ich bin Steppi, begrüße euch und freue mich, dass du wieder anscheitest zu einer weiteren Folge Train Simulator 2020 mit dem BR481 Addon. Ihr seht, ich habe ein bisschen was zu vorlesen, deswegen würde ich sagen, los geht's. Hallo Kollege, es ist ein typischer Herbsttag. Das Jahr neigt sich langsam, aber sich hat dem Ende zu. Während die Temperaturen noch an den Sommer erinnern, färben sich die Bäume langsam bunt und der Himmel weiß noch nicht so recht, wie er am besten in den Wintermodus wechselt. So erwarten wir heute einen insgesamt heiteren bis wolkigen Tag mit einigen kurzen Schauern. Es kann also in Kombination mit dem Laub auch mal etwas rutschig werden auf den Gleisen. Ihr Arbeitsgerät, der bunt beklebte Viertelzug 470 der Baureihe 481, weiß dagegen ganz genau, welche Jahreszeit vorherrscht. Sein Antriebssteuergerät hat bei der letzten Fahrt den Geist aufgegeben. Im Winterhalbjahr kann so etwas schon einmal vorkommen. Die Saison der Lastensegler scheint aktuell also zu beginnen. Für Auswärtige, der Spitzname Lastensegler aus dem Flugwesen entlehnt, beschreibt Viertelzüge der Berliner S-Bahn, die ohne eigenen Antrieb mitgeschleppt werden. Ursprünglich in Mangelzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt, wird er auch heute noch in Eisenbahnern für ausgefallene Einheiten verwendet. In ihrem Viertelzug ist der Antrieb ausgefallen. Das bedeutet, ihr Verstärkerhalbzug verfügt aktuell noch über die Hälfte der Antriebsleistung. Fahrbar bleibt der Zug dennoch. Allerdings werden sie bis Lichterfelde Süd ein paar Minuten Verspätung reinfahren. Auf der S25 machen sich derlei Problemchen schnell bemerkbar. Die Betriebszentrale ist bereits informiert. Man hat versprochen, für Abhilfe zu sorgen. Mit ihrem Halbzug geht es mit dem aufgerüsteten Zug nun gegen Süden. Fahren Sie Ihren Verstärker der Zuggruppe Vampir von Potsdamer Platz bis Lichterfelde Süd. Der Zug soll dann in Lichterfelde Süd ausgesetzt und in der Abstellanlage gebracht werden. Der Zug ist bereits aufgerüstet. Schließen Sie lediglich den Fahrschalter auf, lösen Sie die Federspeicherbremse, geben Sie die IBIS-Daten ein und dann los. Ach ja! Und nicht vergessen, im Fahrgastraum das Licht einzuschalten. Los geht's, Leute! Lasst den Segler. War mal gespannt. Störung. Das ist schon mal schön. Das liest man gerne. Störung. So, also. Dann machen wir jetzt mal hier die Tasche auf. Holen uns erstmal den Schlüssel. Und dann werden wir das Ganze mal hier gucken. Zick. So, haben wir gemacht. Federspeicherbremse raus. Dann machen wir hier Signalleuchten ein. Wir machen Fahrgastraumbeleuchtung ein. So, Kollege kommt schon. Vorwärtsgang. So. Und IBIS konfigurieren. So. Von daher machen wir jetzt eine Linie einstellen. So. Und zwar haben wir heute wieder die 25 bestätigen. Äh, Umlauf 8 bestätigen. Ziel 85 bestätigen. Und 7, 4 bestätigen. So. Und das machen wir jetzt hier noch auf Start. Und somit haben wir das alles hier soweit fertig. Alles fertig konfiguriert. Und wir können langsam aber sicher vorrollen. So, wir stellen das hier schon mal alles ein. Und los geht's. So. Und fahren. Naja, losfahren. Äh, gibt Schub. So, mit einem defekten Zug heute. Naja, lass uns mal überraschen. Die Aufgabe ist schon unter schwierig kategorisiert. Naja. Kann nur besser werden. In Zukunft. Vollkommen aufgerüstet hier alles. Lassen wir uns mal überraschen. Um die 30 Minuten soll das wohl dauern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da die Verspätungen schon mit einberechnet sind. Ja, müssen wir mal gucken. Und dann schauen wir mal. Ja, Kollege kommt auch gerade an. Wir auch. So. So, dann haben wir das Ganze. So, dann müssen wir jetzt die Fahrgäste hier einsteigen. Und das ist er heute. Danke, Donut. Berlin-S-Bahn. Nach Lichterfelde Süd hatten wir das letzte Mal schon. Aber, naja, ich hab ja gesagt gehabt, ich würde die Aufgaben gerne mal, also mal ein paar Aufgaben zumindest durchspielen. Wie gesagt, wenn es halt nicht nur im Let's Play sind, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen im Livestream. Na, das wäre schon eine coole Sache. Aber jetzt natürlich noch ein bisschen Stehzeit hier. Und von daher kann ich mich gerne noch mal daran erinnern. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Train Team Berlin. Großes Dankeschön nochmal an der Stelle, die das Ganze hier natürlich zukommen lassen haben. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung kommt ihr direkt auf die Homepage. Dort ist natürlich auch gleich der Kauf-Button. Da könnt ihr kaufen. Ich hab auch gelesen, es ist nicht nur Kreditkarte möglich. Ihr könnt natürlich auch über Paypal oder Sonstiges bezahlen. Die haben da mehrere Zahlungsmöglichkeiten. Also Kreditkarten sind jetzt hier nicht notwendig. Und dann kam ja auch noch die Frage auf, wie gesagt, mit Zusatz-Szenarios, ob man da jetzt eine Erweiterung braucht. Also angegeben sind halt das Scenary-Pack 1 und 3. Aber ich hab jetzt schon gelesen, dass es wohl doch nicht so wirklich nötig ist. Es fehlen lediglich nur einige Züge. Aber Quick-Drive auf jeden Fall funktioniert auch ohne die Scenario-Packs. Also solltet ihr diese nicht haben, dann sollte das auch ganz normal funktionieren. So, gut, haben wir genug Werbung gemacht. Können wir hier zumindest schon mal die Türen schließen. Und uns auf dem Abfahrt vorbereiten hier. So. Los geht's. So, Sifa bestätigen. Man merkt schon, ne? Ja. Da ist was kaputt. Beschleunigt nicht mehr so stark wie sonst. Aber wir wollen natürlich auch nicht zu schnell werden hier. Nächste Station. Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. So, Kollege kommt uns auch schon entgegen. Siefer. Und dann. Wenn wir hier schon wieder in den Bremsmodus gehen. Ah, wir sind zu hart gebremst jetzt. Und stopp. Ausstieg rechts. So. Schöne Berger Straße. Ah, es ist immer noch so toll, das Elon. Ja, wirklich. Es macht immer noch einen Heim Spaß. Wieso, seine Zeit mit zu verbringen. Ich glaube, ich habe mir noch so überlegt, weil ich ja in der letzten Folge ja so ein bisschen was erzählt hatte dazu. Ähm, bei dem letzten Elon, wo ich wirklich so viel Spaß hatte, das war dieses, ähm, was war denn das? In Frankfurt? Nee, doch, Frankfurt. Müsste es gewesen sein? Keine Ahnung. Ähm, mit dieser Stadtbahn. Das war glaube ich das letzte Elon, was mir halt wirklich richtig Spaß gemacht hatte noch. Weiß jetzt nicht mehr so 100% über Frankfurt war das, ne? Wo man hier die U1 bis U9 fahren konnte, da. Die Dinger. Das war auch noch ziemlich nice gewesen. Aber also wirklich, dieses Nonplusultra ist jetzt aktuell dieser DLC jetzt hier von der Baureihe 481. Ich habe jetzt auch letztes Mal meinen Fehler gefunden hier, weil ich ja hier schon relativ früh beschleunigt hatte. Äh, ist da natürlich eine Weile. Jetzt kommt nämlich erst das Schild. Oh. Hier, genau. Da müssen wir erst mal ja das Schild überfahren, ja, bevor wir dann 50 fahren können. Oder 60 hier. Aber für mich macht es halt keinen Sinn, hier 60 zu fahren. Äh, fällt mir gerade ein. Können wir mal hier das Pult beleuchten hier. Dann sieht man auch, was da dran steht. Macht Sinn. Nächste Station, Yorkstraße. Übergang zur U-Bahnlinie 7. Yorkstraße. Guck mal, wir beschleunigen hier schon volle Pulle. Aber da merkt man, wir haben echt viel Probleme hier hochzukommen. Ach, nach Buch. Oh, wir haben ja ein Viertelzug, ne? Wir haben aber viel, viel früher anhalten müssen. Oh, eine Vollbremse machen wir jetzt hier natürlich auch nicht. So, dann lassen wir uns noch mal aussteigen. So. Du stürmst schon, naja, da kommt schon was hoch hier. Ach, müsst. Aufstieg links. T zu drücken. Ach man, nein. Ich vergesse immer diese Taste T. Ich bin auch letztens nochmal diese Mission nochmal abgefahren. Die Aufgabe, die wir nicht geschafft haben. Ich weiß nicht. Es ist immer das Gleiche. 10 von 11 Haltestellen haben wir. Eine lasse ich irgendwie komischerweise mal aus. Das geht doch gar nicht, ja? Ich kann das doch gar nicht. Zon Vektor nach Lichterfelde Süd. Türen schließen. Zon Vektor nach Lichterfelde Süd. Abfahren. So, es wird an zu regnen. Wieder mal. Bei großer Freude. Du hörst den Zug so gut wie gar nicht mehr. Das ist so ruhig. Du merkst richtig, dass der Antrieb nicht mehr da ist. Ja, guck mal. Ich glaube, es ist ein Viertelzug wie noch. Shoot. Guck mal, wie sich das richtig hier zufinstert, ja? Das ist richtig gut gemacht, ja? Ja. Super. Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahnlinien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld und Messe Nord, ICC, steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport and Messe Nord, ICC, please change here. Ja, mittlerweile hört ihr ja, haben wir jetzt auch die Original-Ansagen hinzugefügt. Großes Dankeschön an Omsi, zwei Fahrzeuge und Co. Für das zukommen lassen, der Mod. Dass wir jetzt hier auch die Original-Ansagen haben. Aber die hatten wir dann auch schon in der Leitstellenfahrt, ach, Leitstellenfahrt hier im Livestream. Leitstellenfahrt. Genau. Genau, da hatten wir sie ja auch schon getestet. So, Z.A.T. Ausstieg links. So. Nach Richterfelde Süd, einsteigen bitte. Genau. Es regnet hier. Das habe ich letztens auch nicht gezeigt hier, ne? Das ist auch total cool. Ah, gut. Jetzt geht es gerade an. Normalerweise flackert das manchmal noch. Das ist eine ziemlich coole Sache. Nach Richterfelde Süd zurückbleiben, bitte. Ach so, äh, Knopf drücken. So. Tür schließen. Jetzt will ich mal bestätigen. Weiter geht's. Oh, papp, 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 papp. So schön an der Ikea jetzt vorbei hier. 80. Das regnet richtig, ja? Das regnet sich so richtig schön ein hier. Bremsen. Nächste Station, Priesterweg. Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Priesterweg. Genau der gleiche Fahrweg jetzt wie letztes Mal. Bloß andere Aufgabe. Mal gucken, ob wir sie diesmal hier abschließen können. Ich weiß nicht, warum das da so ist. Das ist mir unbegreiflich. Oh, ich vergesse immer, dass wir Kurzzug sind. Aber gut, das ist zur Ordnung. So. Gut. Das sieht auch schon echt geil aus mit dem Regen oder sowas, ja? Ja, ja, ja. Eben gerade hier noch wunderschön mit Sonnenschein und jetzt hier Wolkenbruch. Triebfahrzeugschein. Ah, ja. Tja, 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 tja. Weiter geht's. Ja, 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 ja. Alles gut. Ich hab dich vergessen. Gut, dass du mich nochmal dran erinnert hast. 60, ja. Ja, 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 ja. Nächste Station, Südende 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 wieder ein stück vorbei so ztl müssen selber abfertigen wieder ausstieg links nach richterfelde süd einsteigen so beim regen wird ich mich natürlich nicht raus stillen wer macht sowas schon normalerweise hast du auch den spiegel dafür da wo du reingucken kannst und dann unterstützt er ja der trainingsmonator nicht sonst könntest du hier gepflegt sitzen bleiben aber wir werden jetzt kurz bevor jetzt hier der timer runtergelaufen ist wenn wir uns raus stillen oder die türen einfach zuschließen und dann war es das vorher ist mir zu nass da draußen so ok dann wenn wir mal nach lichterfelde süd zu entschließen gut hinsetzen und mit 60 geht es weiter ja das habe ich leider nicht gesehen wie viel verspätung hatten wir jetzt irgendwas bei zwei minuten gibt auch keine wirkliche vorgabe wie viel verspätung man haben dafür zu für die aufgabe sie ist nur dass man hier verspätung bekommt auf jeden fall wieder ankündigung 60 macht man nächste station langwitz und da kommt ja auch schon unser langwitz runter bremsen es wird langsam heller war das ist schon cool mit dem wetter ein schöner wolkenbruch so jawohl ausstieg rechts nach lichterfelde süd einsteigen bitte nach lichterfelde süd einsteigen bitte nach lichterfelde süd zurück nach lichterfelde süd ja ich bin doch schon dabei ach ja die siefer unser freund und helfer hier ach mensch nächste station lichterfelde ost übergang zum regionalverkehr ich habe schon beeilt also ich machen noch schneller fahren geht nicht ab Vielen Dank. So, ho, ho, ho. Ausstieg links. Ja, das ist es. Lastensegler. Ja, die Aufgabe. Gar nicht so schwer. Vielleicht auch eine schöne Aufgabe, wo man einfach mal so ein bisschen zeigen kann. Der bessere. Und da hast du ja praktisch schon so eine Art Timer, der da hier runterläuft irgendwie. 3 Minuten 20. Oh, komplett grün. Oh, fahr doch. Das hat es jetzt gerade extrem lange gedauert. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt bestäure ich der hier so gut wie gar nicht. Hei, hei, hei. So kommen wir auch nicht vorwärts. Hei. 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 Bitte das. Er macht gerade gar nichts mehr. Ich habe alles kaputt gemacht. Ja, muss ich jetzt machen, weil er hat gerade überhaupt nicht reagiert hier. Jetzt nochmal ein Klebacke von hier oder sowas. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier eine Notbremse machen musste, aber da ging gerade gar nichts. Weder die Bremsen wollte er, noch wollte er hier Schub geben. War natürlich jetzt doof gewesen. Durch das Anfahren ist er gerade in Dichterfelde Ost, ja. Und dadurch, dass das Signal nicht umgesprungen ist, gleich wieder runter. Mochte der Scheibenbank gerade überhaupt nicht. Also Anbenderfehler. Da gibt es auch wieder Schub. Da wären wir ja nie angekommen jetzt. Nächste Station, Ostdorfer Straße. Ostdorfer Straße. Ja, Leute. So ist es. Jetzt haben wir natürlich unsere Verspätung noch mehr rausgeholt. Ärgerlich. Und ja, natürlich wird es zu spät gebrenzt hier. Naja. Geht immer noch in Ordnung. Ach, schön, dass wir hier auch so ein bisschen durchglitschen hier. Das ist natürlich ärgerlich hier, ne? Da merkst du dann halt die Karte, ne? Aber obwohl, genau. Wir saßen noch nicht mal drinnen hier. Guck mal, das bewegt sich so gerade rum. Addon, gute Fahrt. Rentin Berlin wünscht viel Spaß mit dem Addon. Das ist cool. War jetzt in Athen, ne? Ne, ne? So, ein Ersatz für Ihren Zug ist organisiert. Der Zugtausch soll in Gesundbrun stattfinden. Deshalb tauschen Sie im Süden mit einem Kollegen die Zugruppe. Sie schwenken ab Lichterfelde Süd in die Zugruppe Victor ein und fahren bis Teltow Stadt weiter. Ab dort übernehmen Sie... Ah, ja. Das ging jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Ich gehe mal davon aus, dass das Ignite schon da war, weil sonst... So, Lichterfelde Süd. Genau. Dann geht's nach Teltow. Natürlich hier in einer Cote entippen müssen, ne? Steht da natürlich immer noch Lichterfelde Süd dran. Nächste Station, Lichterfelde Süd, Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. So, wo ho 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 ho. Bye-bye. ausstieg links ok ja jetzt ist natürlich die frage das ist jetzt echt nicht zu ende ich weiß jetzt nicht ob da jetzt ein neuer Code dastand und ich das Handbuch mal eben schnell jetzt nicht griffbereit habe das ist natürlich ärgerlich Kreuzungszeitpuffer Lichter für der Süd sei Dank noch 5 das ist jetzt natürlich alles blöd künzeln ich bin früh ich bin früher noch nicht zwangsbremsung nach nicht bestätigte aufforderung ich hab da hier drauf gedrückt mann oh das ist unglaublich warum wird er denn jetzt nicht was ist jetzt los das verstehe ich jetzt gerade gar nicht schon wieder meine ich so lösen wir nochmal die nochmal hier auslösen ja weil ich jetzt gerade hier mit dem beschäftigt war blöd blöd naja dann nicht denn lässt es halt so ich meine wohl der Kollege da auch bald los da zum eingleisigen Bereich da jetzt rein fahren ist der andere Kollege jetzt zu warten auf uns also heute habe ich es mit der Siefahrer das dustert sich schon wieder so zu hier ey 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 jetzt gibt es mal wir müssen sagen heute ist ein bisschen verschont geblieben jetzt am Ende jetzt geht es los 40 wow schauen wir uns überhaupt noch nächste Station Lichterfelde Süd Endstation bitte alle aussteigen attention please we are now approaching the last stop on the line all passengers are requested to leave the train so das wird werden zu regnen letztendlich haben wir jetzt Feierabend jetzt juckt uns das auch nicht mehr so und dann sind wir Teltow Stadt angekommen hier ey äh bist du auch kaputt hier was ist los wir wartet schon auf uns wie immer und jetzt damit echt nochmal zurückfahren ja bist du gesund und ey Ja, 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 ja. So. Ausstieg links. Leute, das war's von der heutigen Folge. Wir sind in Teltow-Stadt angekommen hier mit der S25 mit dem Lastensegler. Ja, also war jetzt nicht wirklich schwierig. Klar, ein paar dämliche Betriebsfehler würde ich jetzt eher behaupten von meiner Seite. Aber naja, so ist es nun mal. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Wir werden mal gucken, was wir hier noch so fahren können hier auf der S25. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt. Auf jeden Fall würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Lasst gerne was in den Kommentaren. So, nun ja, es waren schwierige Bedingungen in Teltow mit 7,15, also 15 Minuten Verspätung angekommen. Ja, ich glaube, das geht sogar besser. Gut gemacht. Es war nicht einfach, aber sie sind trotz der Einschränkungen in Teltow angekommen. Während der nächsten Fahrt wird der Zug dann ausgetauscht werden. Bis hierher haben sie ihren Job mustergültig erledigt. Mensch, ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020